Hallo und herzlich willkommen zu MW3 wieder mit dem LWR Jey und wir machen weiter ja die letzte Aufnahme war ein bisschen fail und was wolltest du grad sagen ja ich wollte nur grad sagen ich fertige nebenbei im Backform dann und wir haben diesmal auch einen Countdown damit wir diesmal nicht zu lange sind und sich wieder fail wie der letzte Fall Ja weil der wurde leider in sieben Minuten noch was eingestellt aber nur drei Minuten waren es ja das ist total fail deswegen war es wahrscheinlich auch in ein paar Sekunden fertig mit Rundern da klinge mir mein Hirn davon Scheiß fail Boah nee Sag einfach noch keine Zeit ich habe mich nicht okay meine Mutter ist schon dran gegangen wenn ich euch das jetzt gestört hat weil das direkt nebenbei jetzt habe ich den Scheiß Countdown gestoppt Park start, start nochmal neu und start und mach ungefähr einen zwei Minuten Abzug ich habe mich nicht ähm wir sind da ungefähr mit diesen Helis weil der das irgendwie nicht geladen hat der hat das ab da erst wieder geladen ah okay wenigstens bekomme ich noch ein bisschen der erste Missile ja hier hat ein Horn mit nach vom Countdown so jetzt müssen wir wieder ein Zeitraum sein auch hier an ja so in der Zeit wird aber auch klar dass er sich nicht mehr in 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 in